Mein Name ist Dr. Patricia Kollat und ich bin die Autorin dieses kleinen Buches, das kleine Buch vom achtsamen Leben. In diesem Buch versuche ich, den Lesern mit kurzen Worten beizubringen, wie sie achtsamer werden können. Achtsamkeit bedeutet, in diesem Moment sein Leben wirklich wahrzunehmen, wie es gerade ist. Das kann bedeuten, dass es gerade wundervoll und wunderschön ist. Es kann aber auch bedeuten, mit Neutralität oder auch mit schlechten Erlebnissen besser umgehen zu lernen. Wir wissen durch die Neuropsychologie, dass das Gehirn tatsächlich neue Neuralbahnen bildet, wenn wir Achtsamkeitsmeditation ausführen. Und deshalb rate ich euch, auch wenn es nur drei bis fünf Minuten am Tag sind, wirklich euch dieses kleine Büchlein zuzulegen und vielleicht eine kurze Meditation zwischendurch einzulegen oder auch bei ganz alltäglichen Tätigkeiten wirklich da zu sein, wirklich ganz bei Sinnen zu sein. Wie ist es denn? Vielen Dank.